Wir schauen auf jeden Fall nochmal ganz kurz beim... Bin ich jetzt im Intro drin? Wenn ich nicht im Intro drin bin, no joke. Ich bin... Ja, ich bin pisst. Ich bin pisst. Ich bin pisst. Hugo. Hey, hungriger Hugo, schreib mir auf Instagram. Ich wieder ihn an. Ich kann es nur zurückgeben, Digga. Ich kann es einfach nur zurückgeben. What the fuck, Alter? Wie nervig, Mann. Let's go. Gar kein Freimitglied werden. Nur abzocken, Digga. Es ist auch so. Ich bin... Guck mal. 100 Euro ausgegeben. 100 Euro ausgegeben. Ich mach's hier auch nochmal, Leute. 100 Euro. Ihr seht's hier. Ihr seht's hier. 100 Euro habe ich für diesen Dreckskanal ausgegeben. Mitgliedschaft. Reicher Hugo. 100 Euro habe ich ausgegeben. Belehrt. Was habe ich davon? Nichts. Gar nichts. Nichts. Gar nichts. Auf dem Tab Community findest du exklusive Beiträge. Okay, wir schauen mal. Community. Nichts. 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 Ich wurde gescammt. Hungriger Hugo hat mich gescammt. Ganz ehrlich, Digga. Es ist wirklich abzocke. Nächsten Monat bin ich da wieder raus. Mir reicht's. Achtung, da kommt er. Ich bin schon wieder runter. Achtung. Oh, Maschine. Wer ist er denn wieder? Der hungrige Hugo. Was für ein Schwitzer. Scheiße, Platz 11. So. So verschwitzt du. Oh, die Headshots. Schon wieder. Der scheiß Fischreier ist schon wieder da. Digga, ich habe Montau die Story gesagt. Einfach deutsche National Geographic Content. Wirklich, Digga. Ich bin abgebrochen. Ich bin nicht mehr klargekommen. Aber ich will ihn auch nicht verscheuchen. Oh, mein Abgang, der Hund. Hey, vielleicht müsst ihr gar nicht in den Zoo, um Tiere zu sehen. Es scheint, als gäbe es hier auch wilde Tiere. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Was machen wir jetzt, denke ich? Kevin ist so fucking bad in PUBG. Scheiße, wir wollten zusammen diese Woche noch spielen. Kannst du das auch schon um 18 Uhr hochladen? Weil meine Katze wird um 19 Uhr. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was denn? Oh, nein. Oh, nein. Schluss mit den Witzen. Wo ist der Witz zur Psycho? Real Talk. Kritische, kritische. Ongel gehört sowas vor den Nether, Digga. Oh, okay. Es geht nicht gut. Es geht nicht gut. Es geht nicht gut. Mhm. Es geht gut. Kommen Sie freiwillig runter oder müssen wir raufkommen? Oh, Digga. Oh, Junge. Das ist der Grund, warum Elon Musk dich abgelehnt hat, Bro. Sieben. Oh, Junge. Dieser gehirnlose Blick, Digga. Dieser unglaublich leere. Guckt diesen, Digga. Guckt den euch an. Guckt den euch an. Ich hab da ganz kurz. Ich zeig's jetzt einfach. Warte, ich suche das richtige Memo raus. Ich zeig's jetzt einfach. Digga. Ich sitz hier. Mitten in meinem morgendlichen Boner. Und guck mir ein Video an. Wie Rehwi sich am Niffel reibt. Digga. Das kannst du keinem erzählen. Oh, so geil. Oh, so geil. Dieser Mann spielt sich am Penis rum, während er Videos von mir schaut, wo ich nackt bin. Und das angeschriebene Ding war übrigens auf meine Managerin bezogen. Ganz, ganz wichtig. Es ging nur um die Rechnungsabwicklung von dieser Pokémon-Geschichte. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt da wieder irgendwo hier euch Dinge aus dem Arsch seht, die... Ach so... Nein. Kannste keinem erzählen. Rehwi vor 7000 Zuschauern. Ajo. Oh ja. Junge, 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 Junge. Da ist der NPC, da ist der NPC, guck mal. Achtet auf diese Szene. Alle Leute in diesem Video sind NPCs. Das sind alles NPCs. Alles Trimax. Weil wir gerne von Dach von euch, dass da Devenementer sind, die drücken sollen können. Junge, wie er ihn umschubst. Aber er schubst ihn so um. Das Amy ist echt nicht ganz einfach in dem Game. Ne, ne, das ist halt auch immer abhängig von dem Aufsatz, wenn du drauf hast. Was hat der hier hingetan? Das ist kein... Schlussformulier. Wichser. 81! I'm gonna sugar crush, I ain't gonna fucking get... Ich bin gespannt. Wie macht man das eigentlich? Das habe ich mir noch gefragt. Wenn ich das... Wenn ich das... Das... Da hätte ich auch an... Alles andere hätte ich mich auch an... Oh, Digga, die Strokes mal wieder. Junge, Junge, Junge. Im Alter, da... Also, Digga, das Gehirn funktioniert nicht mehr so. Ja, Bruder. Wie fühlt sich eine Sucht an? Eine Sucht fühlt sich an wie eine Sucht. Okay. Toilette gehen. Häufchen setzen. Zehn Minuten am Handy chillen. 15 Minuten Gameboy spielen. Und da brauchst du gar nicht abwischen, weil es schon von alleine getrocknet. Das sag ich. Nein. Aus vollster Überzeugung. Geld macht nicht glücklich. Die Leute, die sagen, Geld macht nicht glücklich, ich glaube, die haben noch nie viel Geld gehabt. Das heißt, dass er jetzt nicht mehr viel Geld hat, heißt es ja dann. Oder? Also, das würde jetzt bedeuten... Aber man kennt es auch eigentlich von Monte nicht, dass er sich widerspricht. Also, Monte widerspricht sich eigentlich relativ selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde ich... Also, Monte widerspricht sich eigentlich nicht, Digga. Das ist einfach... Imagine das Meme. Monte ist pleite. Jetzt einfach kicken. Achso. Haben wir wieder viel gelernt. Das ist nicht so eine gute Idee. Ich werde sowas nicht eingeladen. Ähm, ich habe den anderen Leuten, die hergekommen sind, gesagt, hey, das ist gerade nicht so eine gute Idee. Chillig, danke. Ich habe mir professionellerweise das Game noch nicht runtergenommen. Hast du das Game überhaupt nicht runtergeladen? Achso! Das ist kein Ding, weil das geht ganz fix. Ja, das geht wirklich sehr schnell. Shut the f*** up, Fabi. Stell dir vor, du pennst einfach, voll tiefschlaft und wachst durch einen brutalen Schlag in die Fresse auf. Oh, Digga, der ist komplett... Der sieht auch ein bisschen aus wie Trimax, da. Jetzt kommt der beste Front. Arsch, Alter. Siehst aus wie Trimax. Oh, du bist vollkommen. Oh, shit. Okay. Aber du kannst das, ne? Ja, ja, ich habe das schon mal gemacht. Nein. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, 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 das ist immer... Ja, 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 ja. Oh, mein Gott. Ich hasse den so, ich hasse den. Oha, das sind so Dinos. Ach, Digga, Mann, ich wirklich. Also, ich bin einfach nur mit... Ich bin... Also, ich bin... Das ist... Ich bin weg. Diese Leute, die... Das sind alles... Das sind alle so derma... Das ist einfach nur... Die sind alle so dumm. Was wollt ihr die ganze Zeit, ob ich ohne Hand aufstehen kann? Könnte ich, mache ich ja aber nicht. Okay. Warum sollte ich auch? Ich bin nicht schuldig, jemandem was zu beweisen. Okay. Nein, das kannst du eben nicht. Ich bin 28, meinst du, ich fall da drauf rein? Oh, nein. Ach, das Hofer ist immer so tief. Ach, warte. Hä, ist das so schwer, ohne Hand aufzustehen? Hä? Hä? Ah, blöd! Oh, Bro, ich dachte, ich hätte es hinbekommen. Oh, ich habe Sterne vorm Augen. Oh, Junge. Oh, scheiße. Oh, das tat echt weh. Okay, einmal noch versuchen. Wartet. Ach, scheiß drauf, komm. Ist egal, komm, wir lassen es einfach. Ja, scheiß drauf, komm. Ist egal, ist egal, ist egal. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Bei sofern sind das so scheiße tief. Das ist aber nicht actually ein Ordner. Warte, habe ich ihn gelöscht inzwischen? Okay, okay. Ey, ey, hallo. Alter, Junge, mit einem Nintendo Wii-Controller wichsen, anders geil, oder? Maiko schafft das. Einwechseln. Komm schon, Maiko. Schade. Schade. Schade, schade, Bro. Okay, der beste Schwimmsel war jemals. Digga, wer macht denn hier den Alu-Ampa-Song? Wo ist denn der, Digga? Du musst SRG, weißt du? Ja, ne? Hörst du das? Digga, der muss doch oben auf dem Dach sein. Da ist er doch, guck mal hier. Stark, stark. Ohne Scheiß, ich liebe Streamsniper. Mach mal Musik aus, mach mal Musik aus. Gib mir alle deine Klamotten, sofort. Sonst gibt es einen Headshot. Ich habe es ihm gesagt, Klamotten aus. Wollt er nicht. Das sagte einst ein weiser Mann. Ja. Oh, mein Arsch. Das stimmt. Das, 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 das muss, das, das glaube ich, das, das, ja, das war Kevins Vater. Geh ihm nicht zu nah, Max, sonst one-hitted er dich instant. Das ist der einzige Spoiler, den ich jetzt habe. Schieß instant auf den Pum, alles was du hast. Aber nicht da, ich sag doch, geh nicht zu. Ach, junger Alter. Wie alt bist du? Album. Oh ja. Ja. Hey yo, uh, 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 one on the left, you're fucking beautiful. My left. Oh, bro. Oh, bro. Oh, Leute, jetzt habe ich es hier. Einfach kaputt gemacht. Was? Was? Das habe ich dein. Du spuckst, du spuckst, ha? Du hast zu spucken. Ja, komm, komm, der macht's gut, der macht's gut, der macht's gut, der macht's gut. Was ist das? Poli Sch***, der macht's gut. Junge, der macht's richtig gut, der macht's richtig gut. Ist das Knossel? Gegensatz zu seinem Friseur, der macht's nicht so gut. Was ist das? Arbeitst du hier? Nein, nein, wir sitzen doch da. Was machst du da im Webpackon? Corona im Seth, danke schön, bro. Du hast nie reden, Frauen mit mir, Alter. Oh, das ist so hot. Oh, Digger. Bisher erste Eindruck noch der Normalste, aber kann sich auch ganz schnell ändern. Hattest du einen guten Riecher? Absolut, Digger. Stimmt, stimmt, stimmt. Was? Das ist... Das ist nicht Kevin. Das ist nicht Kevin, oder? Oh, oh, Junge. Oh, Junge, was? Ich brauch das ganze Video. Jetzt. Sofort. Ich brauch das, ich brauch das, ich brauch das. Sucht's mir einer raus. Tại macht's. Musik.